von den spielern gleicher platz waren einer der dann runter war der wurde dann später von der bombe verfolgt das weiß ich noch strand level aber jetzt hat sich geleckt beim starten was gemerkt ja können wir die freunde sein oder so für die spiel nicht verarschen ich dachte wir können freunde werden ich dachte wir können freunde werden wir beiden du wolltest nicht mit mir freund werden ach ja die super strecke cheat strecke da oben pilz 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 das war aber auch immer voll schwer reinzukommen sicher ohne ohne pilz war das sowieso nix es ist nicht wahr da trifft die alte mich noch da fährt er vorbei oh peach ist genau wie war ja das sind so richtige troll bots gerade hier aber es ist irgendwie immer schon so gewesen das war schon immer oh meine freunde mario du alter wichser nee nee peach nee 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 man du fährst auch dagegen oh mein gott was los das muss ich mal hier rein klotzen ich habe nichts zu Hause ich habe nichts bekommen so nur wieder nicht als hat das wir können ja freunde werden aber das level ist so scheiße gerade tschüss joshi ich wollte mit dir freunde werden aber hi peach und tschüss in den späteren teilen war ja auch das man das nicht bekommen hat was das weg geflogen ist aber hier war das so dass man dann nicht einsetzen konnte den blitz oder nein das item was du ja glückstreffer heute gib mir was auch da hat die end of ghost hat sie dir geklaut nee da hat sie alles abgewehrt ja ja ich sollte nach hinten gehen aber die geht am peach's kopf nehm mich fett fünfter oder meinen eigenen sogar tschüss pieten das war generell hier immer voll scheiße mit dem lenken nein ich treffe mich selber damit ja ding nicht nee das level ist beschissen auch ja das ist das ich wollte sagen ich bin ja nichts bekommen eben das ist nicht wahr danke irgendwo vorne ich merke die hat keine angegriffen die alte nudel da ist sie ich habe sie gerade getroffen da wird der endzhaft erster war mit diesen verzögerungen wegschießen ist auch kacke ey vario wir können ja Freunde werden ne aber so nicht da wird der ernsthaft erster willst du doch noch nicht kann sich auch alles ändern ne meinst du na ja hier we go nicht 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 absaufen habe ich ernsthaft nervensäge peach neben mir tschüss musst du doch eh nicht doch der dämpelnschwein nein 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 nachmacher oh da kommen beide hm ich hab's gemerkt fuck nix bekommen natürlich gar nicht fahr 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 ein alles nix die das war ein renne ach du schein ich hasse diese strecke ne ja jetzt kommt die oberkott strecke welche die zug strecke okay glaube ich kommt die nicht ich mein die zug streng kommt hier oder ja doch jetzt kommen die ich meine die zug strecke kommt was machen wir jetzt mit dir wo ich so nicht erster bleiben oder ich glaube nicht jetzt kommt die strecke ist jetzt schon vierter nicht erster und der dazwischen das wäre gut und geklappt schade jump in my car nach wünschen deswegen waren die auch immer so schnell ach ja jetzt kommt erst mal ohne anhänger schau ich nehme eine abkürzung und ich ging den pfosten wüsten pfosten ja einfach mal quer rüber fahren das sollte verboten werden ernsthaft das ist so ein cheaten ne musst du grad sagen musst du grad sagen das bremst aber auch ab mit dem pilzer durch ne nicht wirklich können wir nicht wie freunde werden nein wir werden nie freunde Pichu aber das bremst es ab wenn du das dauerhaft künften festhältst Pichu tut mir leid hat die answer schon wieder ghost an Ja hat sie Ey wir fragen mich mal wo die das immer herkriegen weißt du wir gammeln auf platz 2 und kriegen so ne kacke oder bananen weißt du und die gammeln sich da mit einem voll Ja ja Lass mal schön da los da fährt doch schon irgendeiner rein Ja ja ist doch immer so Fröhliche Überraschung Hinter dir kommt was ne Ach das bist du mit der grünen da vorne Ja bin ich das Mh 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 Geh weg Schade Du wärst voll ausgerutscht wenn du mich getroffen hättest Ja ich wär richtig weggerutscht Aber ich hab geschafft wieder schnell zu fahren Du siehst das Ja aber wie Ich hab gebremst und dann wieder gedrückt Okay Wusste ich vorher auch nicht Cheetah Ich hab einfach mal gemacht eben Ja dazu mag groß sein Boah was ist denn hier los? Hier Centusa kannst du auch noch einen sammeln Mh Mh Ist klar Flash Was versuchst du da hä? 6 Ne ne Nein Beherrsch dich doch mal Nintendo Oh ho 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 Oh nein Nein Hallo heiße so was hat sich wenn der direkte rennen und das gut abgebremst dadurch ich kann ja noch freunde werden nein es ist der blitz soll ich beim kacken treffen sagte ich ja der blitz soll ich beim kacken treffen ist auch so ein kack kopf ich weiß kaum jetzt wirst du noch pisch und bario vorbei ruschen das aber die janka was mir auffällt ja kaum schuldkröten oder so ein quatsch haben die auch kaum so bananen und so umdrehtinger die haben sie immer ja warum wohl irgendwas sinnvolles sollen einen doch aufhalten kommt auf dem zweiten platz das ding zu bekommen ja das ist ja total mies das ist total mies auf dem zweiten das ding zu bekommen das ist nicht das ist nicht wahr erster erster am cheaten hier ich am cheaten ist klar kriegt man auf dem zweiten blitz also ich verstehe es ja wenn der fünfte oder sechste kriegt nein der zweite kurz vorm ziel ja das hast du doch hier programmiert hier das hast du doch hier ja ja du hast mir eine datei gegeben die ihr cheatet ja alles klar ah da gewinnt er den ersten cup das ist doch unfair das ist doch unfair ist doch nicht wahr la 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 aber überleg mal wenn ich zweiter reingekommen wäre ne dann wären wir beide auf dem ersten ja das wäre doch geil gewesen wenn er jetzt runter gerutscht dann wäre ich auf dem zweiten gewesen ne doch sicher ja oder ne wenn er mit der bombe verfolgt du 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 so ein sack gesicht la 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 sind du schiet der kleine wicht das level kommt ja auch noch guck mal wer da hinten steht peach hat mir nicht gleich die Punkte die beiden ne war noch eingeholt immer er hatte beim dritten bei der dritten点 hat er schon peach eingeholt Am Cheaten Zend Es nicht No, spuckt das wie ein scheiß Pokal aus hier Trotzkopf der Bein Pokal Für den ungefährsten Gewinn aller Zeiten Merk dir wie neidisch er ist Das ist gar nicht wahr, dass ein Zweitplatzierter den Blitz bekommt Das ist doch voll am Cheaten hier Schrecklich Na gut, jetzt haben wir 27 Minuten Aber dann würde ich sagen Mach mir hier erstmal einen Cut, ne? Ja, würde ich auch sagen Dann bis zum nächsten Mal, Leute Tschau, tschau Tschüss Und willkommen auf der Endcard von Mario Kart 64 Wenn ihr links auf den Luigi kommt, kommt ihr zu Centos Rechts kommt ihr auf meinen Kanal Und in der Mitte auf den kleinen Bildschirmen Kommt ihr zum ersten Video von Mario Kart 64 Lasst eine Bewertung da Vergiss nicht zu liken oder zu abonnieren Wenn das dir gefallen hat Bis dahin, bis zur nächsten Folge und tschüss Und dann bis zum nächsten Mal Tschüss